Und ich sah aus wie Kurt Cobain für Arme. Wenn du dir früher so Plattencover angeschaut hast, also sagen wir jetzt mal so Mitte 20, du hast für dich schon herauskristallisiert, dass du auf der einen Seite Rap magst, du magst aber auch Skate-Punk, Alternative-Musik im weitesten Sinne auch. Ich denke, da vor allen Dingen auch so an Bands, die wahrscheinlich gekommen sind, North Axe, Green Day, solche Geschichten, dass die Sozialisation schon so weit vorangeschritten war, dass man so mit Mitte 20 gesagt hat oder wahrscheinlich von sich gedacht hat, so, ich habe einen guten Musikgeschmack. Wenn du dir so Plattencover angeguckt hast, hast du da auf spezielle Dinge geachtet oder war dir das eher so ein bisschen egal? Weil auch die Zeit der Musikvideos ging ja zum Beispiel los. Also worauf ich hinaus möchte, ist das Visuelle. Ey, also 25 war ich, das war 98, bin 73 geworden, war es richtig, war 98, ja, ist 98. Da war ja, war da so Crossover und so, gab es den, war da so? Ja, doch, das kam so langsam. Also visuell war total krass wichtig, weil das war wie immer, also ich fand Sonic Youth super, ich fand aber auch Doggy Dog Youth, ich gebe es zu. Ich fand aber auch so Hardcore und Punk-Rocksachen abseits vom Mainstream, Integrity, Snapcase, vielleicht auch Madball, was ja eigentlich nur ganz kurz mal so einen Hype hatte. Ich fand Ignite geil, ich fand aber auch Rap-Sachen gut. Super, Mitte der 90er war es so nah, so Wu-Tang klein und so. Und also, es geht ja gar nicht anders, als auf die Sachen zu achten, wie sehen die denn aus. Dann siehst du, du guckst ja immer Sonic Youth an und denkst so, jetzt hörst du nur, hat da Haare bis zu den Schultern. Und dann kam ja auch Grunge und dann kam ja auch Pearl Jam und dann kam Nirvana. Und das war natürlich schwierig, weil ich fand das ja alles geil. Ich fand, dass die Leute, dass die Leute auf so Rap-Platten mega aussahen oder der Doggy Dog-Sänger sah cool aus. Und ich fand aber auch, dass die Sonic Youth-Leute super aussahen. Ich war so, wie scheiße, wo geht der denn? Und immer gab es so Skinhead Reggae und Laurel Aitken und die Specials, die ja dann schon ganz lange da waren, aber trotzdem immer noch für mich und auch diese Trojan-Geschichten. Und dann sah ich, es gibt Situationen, da bin ich nach Potsdam ins Waschhaus oder in Lindenpark, da waren Skarnighter. Und ich sah aus wie Kurt Cobain für Arme mit so einer zerrissenen Jeans, so zerrissenen Hemd, lange Haare, Bandana drin. Und wurde natürlich beim Pissen von irgendwelchen Glatzen so, Dicker, wie siehst du denn aus? Aber nett, also die haben mich, das waren so Euskins, war alles total cool. Aber dann kam irgendwann auch dieser Schweden-Rock'n'Roll. Du meinst die ganzen The-Bands oder was? Genau, die ganzen Dribben, du nennst die genauso, ah, sehr gut, die ganzen Dribben. Die Strokes. Ja, genau, bei mir noch davor mit den Hives, mit den Helikopters, Glucifer und so, wo ich mich dann auch dann angefangen habe zu tätowieren. Und dann waren so Flammen wichtig und die eng schwarzen T-Shirts und eine fette Gürtelschnalle. Und irgendwann habe ich beschlossen, pass auf, ich finde das ja alles geil, wenn ich auf ein Hip-Hop-Konzert gehe, versuche ich mich so rockenrohlich wie möglich, Gott, das ist ein bisschen peinlich, aber das war halt, so rockenrohlich wie möglich anzuziehen. Und wenn es zu den Hives ging, habe ich halt meine Green Bay Packers Jacke angezogen und die Baggies oder so oder irgendwelche America Sneaker oder so. Also versucht da irgendwie, um dann aber mitzubekommen, als ich dann irgendwann selber in der Band länger war und wir die Hives privat getroffen haben, dass die auf dem Festivalende Backstage ja auch bloß in Sneakern, Jogginghose und College-Jacke rumgelaufen sind, dachte ich mir. Habe ich ja doch halt richtig gemacht, aber ich habe mir schon doll eine Waffel gemacht, hatte glaube ich auch eine Menge Fails und muss aber jetzt, mir wurde gerade auch ein bisschen heiß wegen davon erzählen, aber ich musste das ja irgendwie alles unter den Hut bekommen.